na guck mal auf der seite fangen sie auch schon langsam an die noten aufzusetzen würde mir nur wünschen dass sie hier ja was soll ich sagen wenn man knick in der optik hat es mal selber schuld dann muss halt gekettet werden ich habe nämlich ich sehe gerade hier zu viel also ein abstand gelassen den ich nicht lassen durfte sollte hätte tue daher muss ich kitten um auch an die zu kommen macht aber nicht viel das war jetzt noch ein bisschen ärgerlich was mir nicht aufgefallen ist aber naja wir sollten sie auf jeden fall auch an die sollen wieder drankommen kommen Du geh deine Steine aufräumen, du sag da noch welche ein, du sag die da noch ein. Dann hau hier noch ein Stück von der Treppe weg. So wie du auch. Und wer hat gesagt, dass du alles wegschmeißen sollst. Egal, hoffentlich sammelt es jetzt einer auf, der kommt. Und? Sollte die also niemanden, der voll ist? Sagen, er soll Treppen abbauen. So, du bist voll. Ich hoffe, du lieferst das Zeug auch aus. So. So, das hier sieht schon besser aus. Hey, da ist unsere X-Note für die Ecke. Hier fehlen noch ein paar Säulen. Die Säule ist jetzt endlich fertig. Gut. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier endlich das Ding entfernen. Okay, Holz wird langsam wieder knapp. Ich könnte ein paar Baumstämme freisprengen. Die wollen ja die nicht abbauen und als Holz benutzen. Nur wenn ich sie freisprengen, gelten sie als Holz. Jetzt. Also wenn ich zu ihm sage, entferne mir den. Gehen. Gehen. Ich habe jetzt hier ein Loch reingemacht und das hat uns nichts gebracht. Wie gesagt, ich könnte sie freisprengen und da ist dann wieder Begradiken. Aber dazu bräuchte ich einen Workshop. Den passenden. Das wäre ein Labor. Ne. Lassen wir es gut sein. Jedenfalls fürs Erste. Wenn kein Holz mehr da ist, werden sie sich wahrscheinlich eh erstmal darauf konzentrieren, um die Säulen fertig zu bauen. Wenn die Säulen fertig sind, dann können wir ja die Gerüste einpacken. Und das mache ich, indem ich einfach unten die Stützfeiler weghacke. Dann dürften sie das Holz, das restliche Holz weiterverwenden können erstmal. Ich habe den Bauauftrag abgebrochen. Ja, ich bin eine Helle. Okay. erst mal wieder die columns draufsetzen die noch fehlen so dann brauchen wir noten aber hier brauchen wir noch eine l genauso wie hier eine einfache brauchen wir hier und hier und hier und hier ja den ecken x dinge die habe ich schon hier die habe ich auch schon hier also noch tees so das sieht jetzt richtig wieder richtig aus so dann legen wir jetzt erstmal die quer streben hier so wie auch hier friemelarbeit wie ich sie liebe diese priegelarbeit und ich weiß ich bin selber schuld weil ich aufs falsche knöpfe gedrückt habe so da wäre echt so eine sicherheitsabfrage möchten sie wirklich löschen praktisch so 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 vorbei das war die priorität auf nur runter dann fällen sie nur ein zwei bäumchen erstmal wenn ich jetzt einfach mal hoffe dass sie die eislichen steine bringen dann können wir erst einmal das gerüst einreißen wenn ihr hauptsächlich nur noch auf der seite hier die noten wenn ich richtig sehe es ist noch die zwei säulen wo was drauf fehlt da ist es anderes fertig ja 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 da mal weg mit dem gerüst na das ja wohl nicht mehr gebraucht wird dann werden wir gleich sehen wenn wir es weghacken ob wir das ein teil vom holz wieder zurückkriegen oder ob wir das ganze holz verlieren ach ja wenn wir schon dabei sind können wir jetzt hier mal die mauerreihe auffüllen dann 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 und da dann dann und dann Es fällt einfach nur zusammen, auch gut.